So und damit auch herzlich willkommen hier zum neuesten Video auf unserem Crypto-Web-Kanal. Ich bin Finn und zusammen mit Liam werden wir uns heute mal anschauen, was die interessantesten und relevantsten Themen Cryptospace sind. In On-Chain-Daten bzw. News werden wir uns erstmal kurz damit beschäftigen, was jetzt mit der FTX-Insolvenzmasse ist, warum das in den nächsten Wochen deutlich interessanter werden könnte. Wir werden uns danach nochmal damit beschäftigen, was aktuell bei Bitcoin los ist mit den neuen Adressen, die erstellt werden. Und im Anschluss daran wird sich Liam mit euch nochmal die Charts natürlich anschauen. Dann wird hier vor allem die größeren Timeframes heute mal den Weekly-Chart, den Daily-Chart mit euch anschauen und sogar den Monthly-Chart mit euch anschauen, um wirklich zu wissen, was jetzt in den größeren Zeiträumen in nächster Zeit passieren könnte. Ich würde sagen, wir starten jetzt auch sofort rein. Bevor wir rein starten, erstmal einen herzlichen Dank schon an alle Leute, die uns hier täglich supporten. Lasst doch gerne mal wieder ein Like, da macht doch gerne mal wieder die 30 Likes voll. Oder schreibt einen netten Kommentar, das unterstützt uns natürlich auch im Mutual-Algorithmus. Und für alle, die neu hier sind, natürlich gerne den Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren. Dann seid ihr jeden Tag up-to-date, was im Cryptospace los ist. Und ich würde sagen, wir starten jetzt auch sofort rein. In den On-Train-Daten wollten wir uns heute mal anschauen, was denn aktuell mit FTX los ist, beziehungsweise mit der Insolvenzmasse, die jetzt unter FTX ja im Endeffekt noch steht oder die noch zu FTX gehört. Weil anscheinend könnte es jetzt sein, dass nächste Woche hier eine Neuerung kommt, beziehungsweise sich etwas ändert. Und zwar, dass FTX jetzt stückweise diese Assets verkaufen darf, um natürlich ihre Liabilities, also ihre Schulden im Endeffekt, an ihre Kunden zurückzuzahlen. Und da muss man natürlich schon sagen, FTX hält noch eine ganze Menge an Kryptowährungen. Das Ganze ist hier in Millionen in US-Dollar angegeben. Hier sehen wir schon, Solana und FTT sind das Größte, die größten Einzelwährungen, sag ich jetzt mal. Trotzdem für mich jetzt nicht so interessant, wo es dann schon deutlich interessanter wird. Ich muss hier gleich mit dem Kopf ein bisschen weggehen, sind die knapp 270 Millionen in Bitcoin, 90 Millionen in Ethereum. Hier drüben sehen wir noch, es sind knapp 250 Millionen in Stablecoins. Auch noch XRP hier mit dabei, Doge und so weiter und so fort. Auch noch knapp 1,2 Milliarden Dollar in anderen Währungen, beziehungsweise in verschiedenen kleineren Anteilen. Trotzdem muss man ganz klar sagen, könnte das natürlich nochmal in dem gesamten Cryptospace einen deutlichen, deutlichen Verkaufsdruck auslösen, der gegebenenfalls den Kurs natürlich abstürzen lassen könnte. Und das ist dementsprechend für mich erstmal deutlich negativ zu werten. Trotzdem muss man natürlich jetzt wirklich erstmal schauen, ob das Ganze so stattfindet, ob das wirklich hier, sag ich mal, approved wird, dass sie ihre Assets liquidieren können. Und ja, wenn das der Fall sein sollte, trotzdem auf jeden Fall erstmal eine relativ negative Nachricht meiner Meinung nach. Trotzdem wollen wir uns nochmal eine zweite Sache anschauen, und zwar die Bitcoin Adjusted New Addresses Change. Und hier sehen wir mehr oder weniger, wie viele Bitcoin Adressen durchschnittlich so erstellt werden. Und was man hier schon sagen kann auf jeden Fall ist, das Ganze sieht eigentlich sehr gut aus. Denn das Ganze steigt jetzt mehr oder weniger seit, ja, wie lange? Knapp anderthalb Jahren kann man hier sagen. Und das ist natürlich erstmal sehr positiv. Gerade wenn im Bärenmarkt, sag ich mal, viele neue Adressen bei Bitcoin entstehen, heißt das natürlich, dass sich viele Leute auch in den, in Anführungszeichen, in den, ja, sag ich jetzt mal, guten Zeiten im Bullenmarkt dann mit Bitcoin beschäftigen werden, umso mehr Leute werden dort auch dann im Endeffekt ins Netzwerk joinen. Und das Ganze ist aus der gerade genannten Perspektive, sag ich mal, sehr positiv, aber natürlich insgesamt auch sehr positiv, weil dann einfach eine größere Menge an Menschen im Endeffekt kleine Teile von Bitcoin besitzen. Und darum geht es ja im Endeffekt auch, dass Bitcoin relativ weit in der Bevölkerung aufgeteilt wird und dann wirklich, ja, im Endeffekt einen Wert widerspiegeln kann, weil jeder etwas davon hält. Trotzdem muss man natürlich auch sagen, das Ganze hat jetzt kurzfristig nicht so unglaubliche Auswirkungen vermutlich. Und genau deswegen müssen wir uns natürlich jetzt auch erstmal die Charts anschauen, um wirklich hier zu wissen, was jetzt hier noch passieren könnte. Und dafür gebe ich an Liam weiter und verabschiede mich für heute. Bis morgen wieder. Ciao, ciao. Okay, Leute, dann nochmal willkommen zurück zur Chartanalyse. Wir wollen uns heute mal ein bisschen größeren Timeframe anschauen. Morgen am Sonntag schauen wir uns dann einfach nochmal die Daily- bzw. Weekly-Closes an, weil das ja dann auch diese Woche mal wieder interessant wird, bzw. natürlich jede Woche, ob wir jetzt unter die 25.200 US-Dollar fallen oder nicht. Das bleibt natürlich weiterhin spannend, aber dazu am Sonntag mehr. Jetzt wollen wir uns auf jeden Fall mal die größeren Timeframes anschauen, das heißt Monatschart und Weekly-Chart. Und dementsprechend fangen wir mal im Monat an. Und zwar habe ich hier erstmal unten eine Support-Linie eingezeichnet im RSI. Ich hoffe, ihr könnt das erkennen. Ich kann das ja auch nochmal groß machen. Die habe ich hier eingezeichnet. Von diesen beiden Lows lässt sich natürlich beim RSI nicht immer top verbinden, aber ich denke, ihr wisst, was ich meine. Also wir haben hier so eine All-Time-Support-Linie. Tatsächlich waren wir hier, als wir hier zwischenzeitlich in unserem Bärenmarkt tief waren, auch am niedrigsten Punkt des Monats-RSIs jemals. Das bedeutet hier, könnte ich mir gut vorstellen, dass wir eben diese Linie nochmal antesten werden, vielleicht sogar leicht drunter wicken werden. Und das wäre dann eben genau diese Preisbewegung. Wenn wir jetzt nochmal, sage ich jetzt mal hier, von den momentan 48 Punkten beim RSI auf die 40 Punkte fallen, könnte ich mir sehr gut vorstellen, wäre das eben genau dieses Movement hier nochmal in Richtung niedrige 20.000er-Kurse bei Bitcoin. Also 20.000, 21.000, 22.000 US-Dollar eben hier, wo der gelbe Kreis momentan ist. Und was ich auch schon öfter beispielsweise auch auf dem Weekly-Chart gesagt habe, was man hier erkennen kann. Auf jeden Fall wäre es auch sehr interessant, wie die Monatskerze vom September schließen wird. Da werden wir uns dann natürlich auch nochmal Richtung Ende des Monats, beziehungsweise Anfang des Oktobers drum kümmern und das ansehen. Denn dann wird es natürlich sehr spannend, ob wir jetzt im Verlauf des Septembers hier noch unter die 25.200 US-Dollar fallen oder eben nicht. Das Ganze wird wahrscheinlich ausschlaggebend dafür sein, ob wir jetzt hier bouncen werden oder ob wir tatsächlich nochmal in diesen 20.000er-Bereich fallen werden. Denn sollten wir diese Monatskerze hier tatsächlich unter 25.200 schließen, ist es, würde ich sagen, fast sicher, dass wir nochmal hier in den Bereich von 20.000 bis 21.000 US-Dollar fallen werden. Sollten wir aber hier beispielsweise bouncen oder diese Kerze gar noch grüntörnen, dann könnte es natürlich, wie gesagt, sein, dass wir einfach weiter nach oben hin ausbrechen und das einfach nur ein weiterer Retest war, genauso wie hier, wo wir eben auch kurzzeitig unter die 25.200 US-Dollar gefallen sind, aber das Ganze wieder aufgekauft wurde und sogar noch eine extrem positive Kerze gab. Natürlich müssten wir dann hier wieder in unsere Widerstandszone reinkommen und diese auch nach oben hin durchbrechen. Das bedeutet, es würden sich dann einfach neue Schwierigkeiten oder neue Hürden auftun, sage ich jetzt mal. Aber ich denke, ihr erkennt, was ich meine, Leute, und seht, dass wir hier, wie gesagt, wenn wir hier einen einigermaßen negativen Monats-Close haben, das bedeutet, er ist unter 25.200 irgendwo in dem Bereich zwischen 25.000 und 24.000 US-Dollar, dann könnte ich mir, wie gesagt, sehr gut vorstellen, dass wir hier nochmal in diesen Bereich fallen werden, einfach weil wir dann hier den Support hinter uns gelassen haben und natürlich muss man auch ganz klar sagen, RSI-technisch wäre das Ganze auch noch drin. Ich würde jetzt nicht erwarten, dass wir hier in diesen unteren Bereich fallen mit dem Bitcoin-Kurs, denn wie gesagt, auf dem Monats-RSI war das einfach noch nie der Fall, selbst in den krassesten Bärenmärkten. Ich meine, wir haben ja jetzt hier von ganz oben auch schon, ich muss das kurz nachschauen, jetzt vom All-Time-High minus zwischenzeitlich minus 76% gemacht mit dem Bitcoin-Kurs und selbst da war der Monats-RSI lediglich auf 40 Punkten und dementsprechend könnte ich mir nicht vorstellen, dass wir hier sonderlich weiter fallen müssen. Dann müssten wir hier schon extrem abverkauft werden, nochmal vielleicht hier in diesem Bereich von 13.000, 14.000 US-Dollar und das kann ich mir einfach nicht vorstellen, das ist zu niedrig, dann würden wir hier auf jeden Fall nochmal eine ganze Weile Seitwärtsbewegung haben und ich denke auch, dass sich das nicht mit dem Halving ausgehen wird. Ich habe hier die gelben Linien mal die Halvings eingezeichnet, das bedeutet hier irgendwann März, April 24 ist ja das nächste Halving und dementsprechend könnte ich mir vorstellen, dass wir zum Zeitpunkt des Halvings schon mindestens bei unserem momentanen Kurslevel sein werden. Das bedeutet hier vor einfach kurz nochmal hier hin, vielleicht gibt es nochmal einen kleinen Wig nach draußen, irgendwie in Richtung 19.000, 18.000 US-Dollar auf dem Monatschart, also irgendwie innerhalb von einer oder zwei Wochen oder vielleicht auch nur innerhalb von wenigen Tagen hier nochmal einen Wig nach unten, aber das Ganze könnte ich mir nicht vorstellen, dass wir nochmal closen und uns dann wirklich in diesem Bereich hier bewegen. Halte ich für recht unrealistisch. Ich denke, hier haben wir auf jeden Fall schon unser Low gesehen. Dementsprechend auf jeden Fall diesen Bereich hier im Auge behalten. Sollten wir hier drunter fallen, denke ich, ist dieser Bereich von 21.000 bis 20.000 US-Dollar definitiv realistisch. Wenn wir jetzt nochmal auf den Weekly-Chart gehen, dann können wir auf dem Weekly-Chart auch erkennen, haben wir ja hier immer noch unser M-Pattern und dieses M-Pattern ist auch immer noch valide. Sollten wir die Weekly-Candle heute, beziehungsweise am Sonntag, also diese Woche meine ich natürlich damit, noch niedriger schließen. Das bedeutet, wir sollten hier irgendwo in diesen Bereich kommen. Dann könnt ihr auch, ich hoffe, ihr könnt das gut erkennen, aber ich denke, ihr seht, dass wir hier stetig abfallenden Trend in den Weekly-Charts haben. Das bedeutet, das kann man jetzt natürlich nicht so gut erkennen, weil wir hier extreme Wigs haben. Das bedeutet, man kann es auch auf dem Day-Chart nicht so gut einzeichnen, aber wir bilden hier eine Art Descending-Triangle-Formation. Das bedeutet, wir haben immer niedriger werdende Volatilität, Lower-Highs und das mit einer gleichbleibenden Support-Linie unten natürlich die 25.200 US-Dollar. Und das ist natürlich auch eine Short-Formation. Das ist natürlich ganz egal, wie das eingezeichnet ist, aber wenn man erkennt, dass sich der Kurs zuspitzt auf ein horizontales Level, dann hat man ein Descending-Triangle und dieses ist eben eine Short-Pattern-Formation. Und auch das würde halt dafür sorgen, dass wir in diesen Bereich fallen würden. Wie gesagt, das Breakout-Target von unserem M-Pattern wäre da ziemlich genau. Ich nehme immer das passivere Breakout-Target und jetzt nicht das höhere, also eher realistisch als optimistisch, sage ich jetzt einfach mal. Und das Breakout-Target wäre bei 20.900. Das bedeutet, auch hier sehen wir die 20.000 bis 21.000 US-Dollar definitiv als realistische Grenze an. Außerdem haben wir hier noch auf dem Weekly RSI eine Art, also ich würde sagen, man kann hier sehr gut ein Head-and-Shoulders-Pattern erkennen. Hier quasi die erste Schulter, hier der Head und hier die zweite Schulter mit dieser Neckline, wo wir auch schon nach unten hin ausgebrochen sind. Das bedeutet, ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass wir Weekly-technisch auf dem RSI jetzt ganz im Gegensatz zu dem Monatschart, wo wir wahrscheinlich nicht nach hier unten in diesen 30er, 20er Bereich fallen werden, aber auf dem Weekly RSI könnte ich mir vorstellen, dass wir, wie gesagt, nochmal in diesen Bereich fallen werden. Hier hatten wir auch unseren niedrigsten RSI, als wir hier extrem abverkauft wurden, also als das Ganze relativ schnell ging, sage ich jetzt mal, als wir dann hier noch deutlich weiter nach unten gefallen sind. Wie gesagt, war der RSI schon nicht mehr so niedrig, also ich könnte mir durchaus vorstellen, dass wir mit dem RSI nochmal in diesen 30er Bereich fallen, wenn wir eben mit dem Weekly Close hier runterfallen. Das wäre dann auch unsere Trade-Idee. Also wie gesagt, ich habe es ja gestern im Video schon erwähnt, dass ich hier eine Short-Position gern aufbauen würde, um bis in diesen Bereichen zu traden, aber das Ganze können wir natürlich auch auf dem Weekly abbilden. Wie gesagt, hier Short-Position eröffnet, Stop-Loss hier irgendwo in dem Bereich, Hebel recht niedrig, höchstens 10er Hebel würde ich sagen, Stop-Loss hier irgendwie in dem Bereich zwischen 26.000 und 27.000 US-Dollar. Wenn man auf ganz, ganz sicher gehen möchte, macht man den irgendwo über 27.200, weil hier sieht man ja auch, haben wir noch einiges an Support, über den 27.200 einiges an Widerstand, dementsprechend, wenn man das darüber macht, sollte man ziemlich sicher sein, dass man nicht Stop-Loss wird und dann einfach das Ganze einfach, sage ich jetzt einfach mal, bis nach hier unten traden, immer mal Profite nehmen und das Kursziel, würde ich sagen, wären dann hier die 22.000 US-Dollar erstmal. Wir werden natürlich, oder wir werden eventuell, wenn wir in diesen Bereich gehen, noch ein ganzes Stück weiter runterwicken, aber die 22.000 US-Dollar würde ich auf jeden Fall erstmal als gute Profitzone anpeilen, wo man bestimmt mal 30, 40, 50 Prozent des Trades schließen kann und den ganzen Rest kann man dann natürlich noch mit Stop-Loss im Gewinn hier bis nach unten traden und versuchen, den Boden zu erreichen. Und Leute, damit würde ich sagen, war es das dann auch mit der Chart-Analyse und dem gesamten Video. Ich hoffe, euch hat es wie immer gefallen. Wenn ja, lasst doch gerne ein Like oder ein Abonnement da. Auch ein Kommentar freut uns natürlich immer für den Algorithmus und dann würde ich sagen, wir sehen uns im Video morgen wieder. Bis dann, Leute. Ciao. Ciao. Ciao.